Ja, wir eröffnen jetzt unser geliebtes Paralleluniversum. Und das eröffnen wir mit einer Zeremonie, wo wir wieder die Hoffnungsmaschine eingeladen haben und das Kaya-Kollektiv. Und wir werden jetzt diese Eröffnung mit der Hoffnungsmaschine in der kleinen Meditation einem Song von Erdmöbel machen, um das Festival richtig zu beginnen und das auch zu spüren, von Herzen zu spüren. Deshalb haben wir uns ja alle hier versammelt. Und das ist auch in unserem Motto von diesem Jahr enthalten. Das Motto Hippies United, das ist nicht nur einfache Motto, sondern Hip ist ein Begriff. Der kommt eigentlich aus dem Jazz, der bedeutet sowas wie angesagt. Das hat auch einen Coolness-Faktor, aber es bedeutet angesagt. Peace steht für Frieden, die große Herausforderung der Menschheit, wo wir im Moment das Gefühl haben, wir sind wieder dabei, gerade an dieser Herausforderung zu scheitern. Und United steht für ein Gefühl von Gemeinsamkeit und Vereintsein. Hippies United bedeutet also, in Frieden vereint zu sein, ist angesagt. Und das wollen wir die nächsten vier Tage hier umsetzen, um danach zu sagen, es ist möglich. Frieden ist möglich. Ja, ich übergebe das jetzt an die Hoffnungsmaschine. Einige von euch kennen die vielleicht aus dem letzten Jahr. Und das Kaya-Kollektiv. Hoffnungsliste des Tages Freitag, 28. Juli 2023. Sonne für heute und für die Weltstimmung. Alle Menschen verstehen, dass wir zusammengehören. Nummer 11. Dass wilde Ekstase wieder in Mode kommt. Nummer 16. Frieden auf der ganzen Welt. Hoffnungsliste des Tages Samstag, 29. Juli 2023. Nummer 1. Erhaltungsbewusstsein. Bewahren durch Beleben. Nummer 6. Mehr Verständnis füreinander. Nummer 9. Frieden und ganz viel Liebe. Nummer 12. Dass es für jeden Berge zu erklimmen und Herzen zu gewinnen gibt. Hoffnungsliste des Tages Sonntag, 30. Juli 2023. Nummer 4. Dass alle meine Kinder zu glücklichen Menschen werden. Nummer 10. Weniger Gier. Nummer 14. Einsicht und die Bereitschaft zur Veränderung. Nummer 26. Love, Peace and Understanding. Nummer 36. Frieden und Freiheit. Auch dieses Jahr haben wir uns die Hoffnung auf die Fahne geschrieben. Für alle Hoffnungen, die in eurem Herzen sind. Wir flüstern sie den Seifenblasen ein. Schicken sie auf die Reise. Sagen dem Wind, wo er sie findet. Schenken sie der Natur. Im Universum lassen die Elemente wissen, welche Zukunft der Mensch sich wünscht. Wir befeuern das Rad der Zeit. Und lassen die Hoffnungsmaschine laufen. Laufen, 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 laufen. Erinnere dich. Lass die Hoffnungsmaschine laufen. 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 Schreib eine Zeile pro Tag in die Hoffnungsautomaten Gebrauchsanweisung Lass die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine Lass die Hoffnungsmaschine laufen Lass die Hoffnungsmaschine laufen Lass die Hoffnungsmaschine laufen Lass die Hoffnungsmaschine laufen Die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Herzberg, schließ mal deine Augen. Was ist deine Hoffnung? Und leg mal deine Hand an die Stelle, wo du die Hoffnung spürst. Das kann dein Herz sein oder ein richtiges Bauchgefühl. Oder vielleicht willst du auch eine Hand greifen, weil du einen Menschen dabei hast, der mit dir hofft. Und die Hoffnung verbindet euch. Und spür mal rein. Vielleicht ist die Hoffnung ganz leise. Oder ist sie hier sehr klar? Und nutz die vier Tage und fülle diese Hoffnung mit Herzberkenergie. Mit Musik. Mit Tanzen. Sing mit. Mit der Sonne. Und mit vielen guten Begegnungen. Fülle deine Hoffnung. Und du wirst irgendwann spüren, der Herzberg hört dir zu. Er entfaltet seinen kleinen Zauber. Der Funke Magie. Der Funke Hoffnung, den du jetzt die nächsten vier Tage bei dir trägst. Also, lasst die Hoffnungsmaschine laufen. Lass 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 die Hoffnungsmaschine laufen. Die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Erinnere dich an die Liebe, schreibe ich. Applaus